Michael, der IMP hat meine Molekularversiegelung deaktiviert. Es wird eine Weile dauern, sie zu restabilisieren. Bis dahin sind wir verwundbar. Aber Goliath ist es nicht. Wirf die Sensoren an, Tüppel. Wir müssen herausfinden, ob es eine Schwachstelle in seiner Patzung gibt. Aber halte dich dabei so fern von ihm wie möglich. Verstanden? Keine Sorge, Michael. Dies hatte ich ohnehin vor. Wirf die Sensoren an, Tüppel. Meine Molekularversiegelung ist wieder aktiv. Ich habe einfach schwach schnell bei ihm entdeckt. Wir müssen ihn dort angreifen. Wirf die Sensoren an, Tüppel. Wirf die Sensoren an, Tüppel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020